Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blair Witch. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem neunjährigen Jungen. Und ja, ich weiß, dass jetzt hier hinten noch was kommt. Ihr gehabt es ja sicherlich noch im Kopf aus der ersten Folge, dass ich ja schon mal ein bisschen Vorwärm aufgenommen hatte. Leider konnte ich aber ohne Tonhund da. Was? Was? Alles klar! Was hast du denn da für uns? Was hast du denn da für uns? Was hast du denn da? Was ist denn? Was hast du denn da für uns? Was hast du denn? Okay! Das war's! Wollt! Wollt! Das war's! Wir werden mit dir zusammen und gehen da ab und gehen nach dem da. Was? 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 Wo bist du? Da! Ey, wo führst du mich hin? Okay, der rennt von alleine. Ja, der ist immer wohl etwas runtergefallen. Hund? Hund? Was? Alter, dein Herz bocht. Warum? Alter, dein Herz! Alter, was ist... Was ist falsch bei dir im Kopf? Oh, was? Alter! Alter, was? Hör auf! Was ist los mit dir, Mann? Alter, was ist los mit dir, Mann? Hast du deine Tabletten vergessen? Ich bin da gerade umgekippt, aber war doch dort oben eine amerikanische Flagge. Ja, ich komme ja schon, Wuffi. Ja, wohin denn? Nee, schon wieder ins Gestrüpp. Hey, 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 Jess. Oho, bleib ruhig, Junge. Alter, was ist los mit dir? Solltest du vielleicht mal die Drogen wechseln? Oh Gott, es geht tiefer in den Wald, ich ahne Schlimmes. Ja, ist ja was... Ne, da war nichts gut. Das geht doch nicht gut aus. Oh. Okay. Ja, schauen wir uns die doch einfach mal an. Ich entschuldige euch schon mal für diese Sound-Probleme, aber ich habe halt keine Sound-Karte im PC, sondern nur die On-Bot Sound-Karte von Motherboard. Nein, da kommt es nicht Starra. Ich habe versucht, dich zu helfen, aber ich kann nicht mehr mit dir mehr zu sein. Geh jetzt! Geh jetzt! Lass mich die Fuck alone! Okay. Ein Röurer. Das war das Schrauben. Alter, die Zwicklubschen haben wir gerade ein bisschen Panik gemacht. Was ist hier los? Wieso lag der im Zelt? Äh. Das Ding dort gucken wir uns gleich an. Ja, komm, wir gucken es uns an. Was? Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Okay. Oooooooookay. Es sieht halt aus wie ein Mängel mit einer Kapuze auf und einem verbrannten Hals. Ja, aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem nächsten Video von Blair Witch. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und Bye Bye. Bye Bye.